Das ist der Prime Gear 3 Charge von Yupio, der in Zusammenarbeit mit dem YouTuber Peter Lindgren entstanden ist. Der 3 Charge ist eine Lade- und Transportbox für Akkus des Typs NPF Z100, EN, EL15 oder LPE6, je nachdem für welche Variante man sich entscheidet, und bietet außerdem Platz für mehrere Speicherkarten. In diesem Video erfährst du alles, was du über das Teil wissen musst, inklusive den Dingen, die mir negativ aufgefallen sind. Hallo, mein Name ist Alex und ich mache Technik-Videos und Produkt-Reviews und solltest du es noch nicht gemacht haben, dann würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um keins meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Die Verpackung sieht optisch sehr ansprechend aus, auf der Rückseite stehen ein paar Worte, was der YouTuber Peter Lindgren mit dem 3 Charger und der Firma Yupio zu tun hat, und vorne gibt es noch einen Hinweis auf eine 3-Jahres-Garantie. Seitlich ist dann noch das Yupio-Logo drauf, das man aber nur sieht, wenn das Licht in einen speziellen Winkel drauf fällt. Finde ich irgendwie cool. Als kleines Dankeschön gibt es im Inneren einen Zettel und einen Rabattcode für den Final Cut Pro Kurs von Peter Lindgren. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem noch der 3 Charge und ein USB-C zu USB-C Kabel. Schauen wir uns das Teil doch mal genauer an. Der 3 Charge ist 13,5 cm breit, 7,5 cm hoch und 4 cm tief und wiegt knapp 179 Gramm. Er besteht aus schwarzem Hartplastik und ist echt solide verarbeitet. Auf der einen Seite gibt es einen USB-C Eingang, um das Gerät mit Strom zu versorgen bzw. dann die Akkus zu laden, und eine Taste, mit der man den jeweiligen Ladestand der Akkus abfragen kann. Auf der anderen Seite ist ein USB-C Ausgang, da der 3 Charge auch als Powerbank verwendet werden kann. Allerdings speichert der 3 Charge nicht selber die Energie, sondern dient nur als Schnittstelle zu den eingesetzten Akkus. Im Benutzerhandbuch steht zusätzlich noch, dass es nicht möglich ist, die Akkus aufzuladen und gleichzeitig den 3 Charge als Powerbank zu nutzen. Außerdem ist mir bei der Nutzung als Powerbank aufgefallen, dass der 3 Charge lauter wird und so ein ratterndes Geräusch von sich gibt. Dennoch wurde mein iPhone geladen und im Zuge dessen ist mir außerdem noch aufgefallen, dass die Ladestandsanzeige nicht ganz korrekt angezeigt wird, da mein Akku eigentlich voll war und dann innerhalb von nicht einmal 1 bis 2 Minuten als Powerbank 2 LED-Lichter, also 2 Status-Anzeigelichter, verloren hat. Als ich dann den Akku rausgenommen habe und wieder eingesetzt habe, wurden mir wieder 4 LEDs angezeigt. Das wäre also etwas, was man verbessern könnte. Der 3 Charge, also der, den ich hier habe, hat Platz für 3 Sony NP-FZ100 Akkus, 3 CFexpress Typ A Karten, 3 SD Karten und 2 MicroSD Karten. Es gibt auch noch eine 3 Charge Variante für Nikon EN L15 und Canon LP-E6 Akkus. Die Links zu den 3 Varianten habe ich dir in die Videobeschreibung gegeben. Akku reingeben ist genauso einfach, wie den Akku wieder rauszunehmen, da es vorne Öffnungen gibt, braucht man nur mit dem Finger reinfahren und den Akku nach oben rausschieben. SD Karten finden oben Platz, wobei die Kontaktflächen nach vorne zu den Akkus schauen müssen, anders passen die halt nicht rein. Mit einem Federmechanismus werden die Speicherkarten wieder nach oben rausgeschoben, wenn man sie zuvor kurz reindrückt. Den Mechanismus brauche ich ja jetzt nicht erklären, kommt eh so ziemlich überall zum Einsatz, wo auch Speicherkarten benötigt werden. Die MicroSD Karten sind etwas anders zu verstauen, nämlich genau seitenverkehrt mit den Kontakten zur Rückseite zeigend. Finde ich nicht sehr einig und könnte man auf jeden Fall auch verbessern. Auch ist das Reindrücken der MicroSD Karten ohne Fingernägel etwas schwieriger als bei den normalen SD Karten, da die Öffnungen für die MicroSD Karten einfach viel kleiner sind. An der Vorderseite sind eben die großen Öffnungen und darunter befinden sich jeweils vier orange LED Lichter, die den jeweiligen Ladestand des eingesetzten Akkus anzeigen. Während des Ladevorgangs allerdings blinden die LEDs oder es werden vier LEDs durchgehend angezeigt, wenn der jeweilige Akku vollständig geladen ist. Bei entsprechender Stromzufuhr werden bis zu drei NPF Z100 Akkus gleichzeitig geladen. Für eine noch schnellere Aufladung kann man den Tree Charge mit einem beliebigen USB-C Power Delivery, also PD, Ladegerät verbinden. Preislich ist der Tree Charge mit derzeit 101 Euro ohne Versand ziemlich teuer, vor allem weil die MicroSD Karten ohne Fingernägel nur schwer herausgehen und das Gerät ein raterndes Geräusch von sich gibt, wenn man es als Powerbank nutzt. Das könnte aber auch nur bei meinem Gerät so sein, also es könnte sich quasi um ein Montagsgerät handeln. Und wenn man bedenkt, dass man drei Akkus in nur einer einzigen Box transportieren und laden kann, das Ganze auch als Powerbank nutzbar ist und zusätzlich noch jede Menge Speicherkarten Platz haben, dann ist das ein sehr praktisches Stück Equipment, das ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, wenn du Sony NPF Z100, Nikon EN EL15 oder Canon LP i6 Akkus hast. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest und oder dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, solltest du das noch nicht gemacht haben. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao! Cooles Teil, auch wenn es ein bisschen teuer ist.